Das heutige Video ist vor allem für unsere österreichischen Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben uns nämlich mal angeschaut, welche der beste Broker für ETF-Sparer in Österreich ist. Dazu haben wir uns lokale Broker, also in Österreich Ansässige, angeschaut. Aber wir haben uns auch mal angeschaut, was es bedeutet für Österreicher, ein Depot in Deutschland zu eröffnen und was man dabei beachten muss. Die Brokerlandschaft in Österreich ist etwas komplexer und etwas undurchsichtiger als bei uns in Deutschland. Deswegen haben wir uns für euch mal durch die Preis-Leistungs-Verzeichnisse gekämpft, um euch am Schluss zu sagen, welcher der beste Broker für Österreicher ist. Viel Spaß beim Video! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzlos und im heutigen Video richten wir uns mal speziell an unsere österreichischen Freunde. Denn super häufig bekommen wir von euch Kommentare unter unsere Videos, wie das Ganze denn in Österreich aussehen sollte. Deswegen gibt es dieses Video, wo wir uns einmal anschauen, welcher der beste Broker für ETF-Sparer in Österreich ist. Legen wir direkt los und schauen uns zunächst einmal die zwei Möglichkeiten an, die man als Österreicher hat, ein ETF-Depot zu eröffnen. Hier kann man nämlich in zwei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie sind die steuereinfachen Broker und die zweite Kategorie die nicht steuereinfachen Broker. Bei steuereinfachen Brokern handelt es sich um Broker, die in Österreich ansässig sind und eure Steuerangelegenheiten für euch regeln. Das bedeutet, sie führen automatisch für euch die Kapitalertragssteuer ab und melden das Ganze direkt auch an das Finanzamt. Ihr müsst euch also um die steuerliche Behandlung eurer Wertpapiergewinne nicht selbst kümmern. Anders sieht es aus bei nicht steuereinfachen Brokern. Das sind Broker, die im Ausland ansässig sind, beispielsweise in Deutschland und die dementsprechend keine Kapitalertragssteuer an das österreichische Finanzamt melden. Das müsst ihr dementsprechend selbst machen und selbst buchführen, wie viele Dividendeneinnahmen ihr hattet, wie viele realisierte Gewinne ihr habt, also wenn ihr zum Beispiel Aktien oder ETFs mit Gewinn verkauft habt, aber auch festhalten, wie viele Verluste ihr gemacht habt, um die den Gewinnen gegenrechnen zu können. Aus diesem Grund seid ihr auch verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Einige ausländische Broker, wie beispielsweise Scalable Capital oder Trade Republic, bieten hier aber ein Steuerreporting-Tool an, wo ihr dabei unterstützt werdet, diese Steuer zu melden. Am Ende des Videos gehen wir aber nochmal auf die Vor- und Nachteile von nicht steuereinfachen Brokern ein. Jetzt schauen wir uns zunächst einmal die steuereinfachen in Österreich ansässigen Angebote an. Und hier haben wir uns sieben Broker herausgesucht. Zunächst einmal die Bank Direkt, dann die Bawak, Dadat, Easy Bank, Erste Bank, Flatex AT und die Raiffeisen Bank. Alle sieben sind steuereinfache Broker. Diese haben wir anhand von sechs Vergleichskriterien miteinander verglichen. Zunächst einmal haben wir uns angeschaut, ob es Depotführungsgebühren gibt und wenn ja, wie hoch diese sind. Dann haben wir geschaut, ob es Kosten für das Verrechnungskonto gibt. Dann haben wir einmal eine Beispielrechnung angestellt, wie viel dieser Broker euch denn im Jahr kosten würde, wenn ihr ein Depot mit 10.000 Euro Guthaben und zwei einzelnen Positionen dort habt. Außerdem haben wir uns die Mindestsparrate für ETF-Sparpläne angeschaut, das Angebot an ETF-Sparplänen, also wie viele ETFs sind dort sparplanfähig und schlussendlich, wie viele von diesen ETF-Sparplänen sind auch kostenlos sparplanfähig. Starten wir direkt einmal mit dem ersten Kriterium und schauen uns die Depotführungskosten an. Die Depotgebühren setzen sich in Österreich aus verschiedenen Elementen zusammen. Es ist relativ üblich, einen Anteil des Depotvermögens an Gebühren zu erheben, also eine prozentuale Gebühr auf euer Depotvolumen. Üblicherweise sind hier Fonds ausgenommen, das bedeutet, wenn ihr in Investmentfonds investiert, wird das Geld, was dort investiert ist, nicht zum Depotvermögen dazugezählt, zumindest nicht zu dem Depotvermögen, wo ihr Gebühren drauf bezahlen müsst. Allerdings Achtung, ETFs sind hier nicht mit enthalten. Obwohl ETFs also Fonds sind, müsst ihr also auch diese prozentuale Gebühren auf euer ETF-Guthaben bezahlen. Wie hoch dieses ist, das blenden wir euch jetzt einmal hier ein. Einzig und alleine Flatex.at verzichtet auf diese prozentuale Depotgebühr. Eine weitere Besonderheit in Österreich ist, dass man auch zusätzlich zum Depotvolumen auch für jede einzelne Position Gebühren bezahlen muss. So müsst ihr beispielsweise bei der Raiffeisenbank 6 Euro je Depotposition pro Jahr bezahlen. Habt ihr also beispielsweise 10 Aktien im Depot oder 10 unterschiedliche ETFs, dann wären das nochmal 60 Euro Gebühren pro Jahr, die obendrauf kommen, nur für diese 10 Positionen. Übrigens wundert ihr euch vielleicht, warum die Zahlen hier so krumm sind. Das liegt daran, dass im Preis-Leistungs-Verzeichnis die Zahlen ohne Mehrwertsteuer angegeben werden. Und hier müsst ihr dann nochmal 20% Mehrwertsteuer obendrauf rechnen, was wir an dieser Stelle für euch schon mal gemacht haben. Bei Bavac gibt es übrigens auch noch eine Grundgebühr von 14,40 Euro. Und bei einigen Brokern gibt es eine Mindestgebühr. Das bedeutet, wenn die prozentuale Gebühr auf euer Fondsvolumen und die Gebühr für die einzelnen Positionen nicht das Minimum erreicht, dann fällt diese Mindestgebühr an. Das ist der Fall bei Easybank und Erstebank. Wir halten also fest, dass hier nur Flatex.at komplett kostenlos in der Depotführung ist. Kommen wir zum zweiten Vergleichskriterium, nämlich den Kosten für das Verrechnungskonto. Dieses ist in der Regel in Deutschland immer kostenlos. In Österreich sieht das etwas anders aus. Das Verrechnungskonto ist das Konto, wo eure Kapitalerträge draufgebucht werden. Oder wenn ihr Wertpapierkäufe tätigt, hier das Guthaben abgehoben wird, um die Wertpapiere damit zu kaufen. Die Gebühren für das Verrechnungskonto blenden wir euch hier einmal ein. Nur bei Flatex.at und der Erste Bank sind diese Verrechnungskonten kostenlos. Und bei der Erste Bank könnt ihr auch ein Fremdkonto benutzen. Also wenn ihr euer Konto woanders habt, kann das über dieses Konto abgewickelt werden. Kommen wir zum dritten Kriterium. Dieses haben wir hier in den Vergleich mit eingefügt. Denn ihr seht schon in den ersten beiden Kriterien, dass es sehr situationsabhängig ist, wie viel Gebühren ihr für euer Depot bezahlt. Um die Broker deswegen ein bisschen miteinander vergleichbar zu machen und hier nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, haben wir einmal eine Simulation durchgerechnet. Wir gehen hier von einer Person aus, die 10.000 Euro Guthaben auf den Broker hat und dieses in zwei Wertpapiere, in diesem Fall zwei ETFs, investiert hat. In dieser Tabelle könnt ihr jetzt sehen, was an Depotführungsgebühren anfällt, was an Gebühren für das Verrechnungskonto anfällt und wie viel die Gesamtgebühr ist und schlussendlich wie viel Prozent von diesem Depotvolumen, also von den 10.000 Euro, denn jedes Jahr an Gebühren anfallen. Das kann, wie ihr hier seht, schon mal ziemlich hoch gehen, nämlich auf bis zu 0,72%. Und diese Kosten ist das, was ihr quasi direkt von eurer Rendite abziehen könnt. Denn dieses Geld wird euch jedes Jahr belastet und kann dementsprechend nicht mehr für euch arbeiten. Auch in diesem Vergleich sticht Flatex.at wieder hervor, dadurch, dass sie die günstigsten sind, weil sie in beiden Kategorien keine Gebühren haben, aber auch Dadat ist noch verhältnismäßig günstig mit 0,2% auf diese 10.000 Euro gerechnet. Kommen wir einmal zum nächsten Kriterium und das ist die Mindestsparrate. Wie viel Geld muss ich mindestens pro Sparplanausführung investieren? Das blenden wir euch jetzt einmal hier ein. Bei Flatex.at sind es 25 Euro, bei Dadat 30 Euro und das sind auch die einzigen, die Sparplanraten unter 50 Euro anbieten. Bei der Raiffeisenbank muss man etwas genauer hinschauen. Hier sind es zwar 100 Euro die Mindestanlage, bei manchen ETFs kann man aber auch erst ab 300 Euro investieren. Schauen wir uns jetzt einmal das Angebot an ETFs an. Also wie viele ETFs sind denn bei den einzelnen Broker sparplanfähig und im besten Fall, wie viele sind denn davon sogar kostenlos sparplanfähig? Wenden wir zunächst einmal die Anzahl der besparbaren ETFs an, also den ETFs, die ihr monatlich oder in regelmäßigen Abständen per Sparplan besparen könnt. Der absolute Spitzenreiter ist hier Flatex.at mit über 1200 besparbaren ETFs. Danach kommt erstmal eine lange, lange Zeit nichts und dann kommt erst die Easybank mit rund 160 besparbaren ETFs. Dann nimmt die Zahl auch rapide ab. Wenn man sich dann einmal anschaut, wie viele dieser sparplanfähigen ETFs kostenlos besparbar sind, also ohne, dass eine Gebühr für das Sparen anfällt, dann bleiben nur noch zwei Broker übrig, nämlich Flatex.at mit 220 kostenlos besparbaren ETFs und Easybank mit 60. Für die restlichen ETFs fallen dann Gebühren an und deswegen schauen wir uns gleich das nächste Kriterium an. Wie viele Kosten entstehen denn bei Sparplan-ETFs, die nicht kostenlos besparbar sind? Was ja bei den meisten Brokern der Fall ist. Bei den meisten Brokern berechnet sich die Gebühr prozentual auf die Anlagesumme, also je nachdem, wie viel ihr regelmäßig spart. Die Gebühren liegen dann zwischen 0,1% der Sparrate oder atemberaubenden 1,9%. Hinzu kommt, dass einige Broker dann auf diese prozentuale Gebühr auch noch eine Pauschale obendrauf schlagen von zwischen 75 Cent und 2 Euro. Das sind schon ziemlich happige Gebühren. Eine Ausnahme stellt nur Flatex.at dar. Die verlangen nämlich eine Flat Fee, also 1,50 Euro pro Sparplan-Ausführung, unabhängig davon, wie viel Geld ihr per Sparplan-Rate investiert. Dementsprechend ist das natürlich ein gutes Geschäft, gerade für diejenigen, die sehr hohe Sparraten haben. Schauen wir uns jetzt einmal an, was das Ganze denn im Konkreten an Kosten bedeutet bei unterschiedlichen Sparraten. Dazu haben wir euch mal diese Tabelle hier erstellt. Wir starten mit 25 Euro Sparrate und das bietet ja sowieso nur Flatex.at an. Hier fallen also 1,50 Euro Gebühren an. Ab 50 Euro Sparrate gibt es hier schon mehr Broker, die hier mitspielen und dann seht ihr auch hier die Gebühren. Diese reichen von 50 Cent für die Sparplan-Ausführung bis zu 2,14 Euro. Ab 100 Euro Sparrate ist Dadat am günstigsten mit 93 Cent je Ausführung. Je höher die Sparplan-Beträge dann sind, also beispielsweise ab 500 Euro, wird dann natürlich die Flat Fee von Flatex.at am günstigsten. Kommen wir jetzt also mal zum Fazit und somit Testsieger der steuereinfachen Broker. Am positivsten ist uns aufgefallen Flatex.at, denn hier ist die Depotführung komplett kostenlos. Sie haben das größte Angebot an sparplanfähigen ETFs und gleichzeitig auch das mit Abstand größte Angebot an kostenlos besparbaren ETFs. Was die Gebühren angeht, ist zwar auch Dadat eine gute Alternative, hat aber leider mit 57 sparplanfähigen ETFs ein sehr, sehr mageres Angebot für ETF-Sparer. Für diese ist also Flatex.at tatsächlich die bessere Lösung. Für österreichische Verhältnisse hat Flatex nämlich das beste Angebot. Allerdings gibt es auch Broker im Ausland, vor allem in Deutschland, die ein noch deutlich besseres Angebot haben. Deswegen schauen wir uns jetzt einmal an, welche nicht steuereinfachen Alternativen es denn gibt und wann man sich für das eine oder das andere, also steuereinfach oder nicht steuereinfach, entscheiden könnte. Vielleicht hat der eine oder andere unseren ETF-Depot-Vergleich in Deutschland gesehen. Dort sind nämlich an der Spitze Trade Republic und Scalable Capital. Zwei Neobroker, die jeweils über 2000 ETFs sparplanfähig im Angebot haben. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, zumal wenn man berücksichtigt, dass alle ETFs, die sparplanfähig sind, auch gleichzeitig kostenlos sparplanfähig sind und dass es keinerlei Depotführungsgebühren gibt. Die Vorteile, sich also für einen nicht steuereinfachen, also österreichischen Auslandsbroker zu entscheiden, sind also vor allem das größere Produktangebot und die deutlich niedrigeren Kosten. Außerdem ist auch die Sparrate niedriger und die Depotauswahl automatisch deutlich größer. Ich habe es eingangs des Videos ja schon angesprochen. Ihr seid für eure Steuererklärung selbst verantwortlich und die nicht steuereinfachen Broker können für euch nicht einfach eure Kapitalertragssteuer direkt an das österreichische Finanzamt überweisen. Ihr müsst also selbst buchführen über eure Gewinne, Verluste und Dividenden. Scalable Capital und Trade Republic stellen euch jeweils hier ein Tool zur Verfügung, was hier für Steuertransparenz sorgen kann. Es ist ein sogenanntes Steuerreporting, was euch dann dabei unterstützt, eure Steuererklärung in Österreich selbst auszufüllen. Diese Angaben sind aber ohne Gewähr und ihr müsst natürlich selbst dafür Verantwortung übernehmen. Außerdem müsst ihr darauf achten, dass ihr auch Steuerrücklagen bildet. Wenn ihr zum Beispiel bei einem steuereinfachen österreichischen Broker seid, dann wird die Kapitalertragssteuer automatisch ans Finanzamt abgebucht, sobald die Kapitalerträge anfallen, so wie das in Deutschland auch der Fall ist. Wenn ihr aber selbst eine Steuererklärung macht, dann bezahlt ihr natürlich erst die Steuer mit Einreichen der Steuererklärung. Zwischendurch, wenn ihr dann Dividenden kassiert habt oder Kursgewinne realisiert habt, müsst ihr dann daran denken, Rücklagen zu bilden für die Steuer, dass euch das dann nicht überrascht, wenn das Finanzamt euch quasi den Steuerbescheid schickt. Soweit also die Vor- und Nachteile, wenn ihr euch für einen Auslandsbroker beispielsweise in Deutschland entscheiden solltet. Hier haben wir euch mal eine Vergleichstabelle mit unserem Testsieger FlatEx AT gemacht, mit den beiden Auslandskonkurrenten Scalable Capital und Trade Republic. Beide sind in Österreich aktiv, stellen wie gesagt ein Steuerreporting zur Verfügung, was euch dabei unterstützt, eure Steuererklärung zu machen. Sie führen die Kapitalertragssteuer aber nicht automatisch für euch ab. Was Depotgebühren und Verrechnungskonto angeht, unterscheiden sie sich nicht vom österreichischen FlatEx AT. Wohl aber bei den Kaufkosten. Sparpläne sind bei Scalable Capital und Trade Republic beides kostenlos. Bei Scalable Capital fallen 99 Cent an, wenn ihr ETFs oder Wertpapiere außerhalb der Sparpläne kauft oder verkauft. Bei Trade Republic sind es 1 Euro. Hier unterscheiden sie sich schon mal stark von FlatEx AT. Hier sind es nämlich mindestens 5,90 Euro bis 3.500 Euro Kaufvolumen. Wenn ihr darüber kauft, dann gibt es eine Stafflung und die Ordergebühren können auch deutlich teurer werden. Wie eben gesagt, unterscheiden sie sich auch stark im ETF-Sparplanangebot. Wir haben hier jetzt mal bereinigte Werte genommen für Scalable und Trade Republic, denn wir möchten ETNs und ETCs rausrechnen. Wir haben also jetzt mal hier nur mit reinen ETFs gerechnet und ihr seht, es sind schon mal deutlich mehr als bei FlatEx AT und auch alle dort aufgeführten Sparplänen sind auch kostenlos besparbar. Kommen wir also mal zum Fazit. Als Österreicher oder Österreicherin müsst ihr euch zunächst einmal eine Frage stellen. Möchtet ihr einen steuereinfachen Broker, der die ganze steuerliche Angelegenheit für euch regelt oder ist euch der etwas höhere administrative Aufwand in der Steuer egal, dann könnt ihr euch für einen nicht steuereinfachen Broker entscheiden, der deutlich günstiger ist und in der Regel auch ein deutlich besseres ETF-Angebot hat, als das, was man in Österreich sieht. Im ersten Fall, also wenn ihr unbedingt steuereinfach haben möchtet, dann empfehlen wir euch flatEx.at. Im zweiten Fall sind Scalable Capital und Trade Republic sehr gute Alternativen, denn sie stellen auch Steuerreporting-Tools zur Verfügung, die euch dabei unterstützen, eure Erklärung selbst auszufüllen. Die Verantwortung dabei für die Zahlen tragt aber natürlich ihr. Das ist also wie gesagt nur eine Unterstützung. Alle Links zu den genannten Brokern findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich hoffe, für unsere österreichischen Freude war dieses Video hilfreich gewesen. Schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare und dann können wir uns auch gerne weitere Finanzprodukte, beispielsweise einen allgemeinen Broker-Vergleich inklusive Aktien, einmal für euch anschauen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da und abonnier den Kanal, wenn das noch nicht geschehen ist, denn wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zum Thema Geldanlage, Anlagestrategie und Finanzprodukte, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.